Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram. Ja, und heute spiele ich zusammen mit der Alexa eine Runde Flex-Cue. Ich als Warwick und die Alexa spielt Nami. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Kommentar von Rambo, fuckt mich übelst ab. Also kann man hier jetzt nur lesen im Game. Ja, es geht darum, dass er immer noch keinen Yasu-Penta hat. Ja, und ein anderer hat mal erst gerade einen Panther gemacht, obwohl er fast einen Yasu spielt. Oh ja, weißt du was, dann spiele ich Yasu jetzt das fünfte Mal oder so und mache auch direkt einen Panther. Ich glaube, dann killt mich Rambo. Ja, ich glaube auch. Dann darf ich dann nicht hochladen. Oder ich muss ihn ihm widmen. Ja, vor allem lieber Rambo, ich habe mir ja vorgenommen, jetzt öfters Yasu zu spielen. Also, Penta-Ink. Dann am besten so eine 5-Mann-Ulti, wo alles platzt, direkt. Gut, dann muss ich mal Nami spielen. Hehe, jo. Siehst du, es ist doch Gämmen mit, hä? Okay, hast mich überredet. Hm. Na ja, mal gucken, was Akali im Early gegen Pantheon ausrichten kann. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit der Akali ja noch nicht so auseinandergesetzt jetzt. Boah, fast kann der Bescheid nicht, ey. Mhm. Auch wenn du wie weh bist. Jetzt haut er mir den Link hier ins Video rein. Hehe, das ist einer. Ja, na gut, den wird sich wohl kaum meiner abschreiben. So, jetzt muss ich weiter machen. Oh, ich habe einen Lee gefunden. Oh, ich habe einen Lee gefunden. Jetzt haut er mir. Einfach dir wieder mit ihm. Ah, Kali war aber auch schon wieder da. Naja, gut. Shit happens, ne? Hm, und aber nicht. Sieh ich das 3-1. Ne, ich war nur ein 1-1-Beteiligter. Den ersten Kill hat der Panther nochmal gegen Akali geholt. Oha. Damit hatte ich nichts zu tun. Ich bin dann Tower-Diven gegangen. Warum? Weil ich einen Kill wollte. Na gut. Du stellst Fragen. Ja, warum ist die Sonne noch rot? Hey, die ist noch nicht rot. Hau auf, mich zu verwirren. Ah Mist, er kommt. Komm mal, Botlane. Bring aber wahrscheinlich wen mit. Oh, Pink. Na Gott. Na, ich wollte ihm so einen Blue-Clown. Er hat auch fast noch geklappt. Er kam eine Sekunde zu früh. Er ist auch Bot-Zeit immer noch, ne? Der Lee. Oh, ein Panther ist Mitte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Rache ist Blutwurst. Ah Mist, Lee ist hier. Oh nein. Oh nein. Habe ich in Ruhe. Nein. Ah. Erinnert das wieder für ein Spiel hier. Oh. Oh, das war ja ein Seufzer. Oh. Oh. Ja. 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 In meinem Schrank ran, da lädt wieder eine kleine Zicke rum. Hm. Oh, wie der Geron abgeht. Boah. Die der Arsch hat mal einen Jungle leer gemacht. Naja. Gut. Kein Wunder. Boah. Akali. 過. Nein. Boa. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Aber die anderen hätte ich nicht totgekriegt so schnell. Das war's für heute. 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 So. Neust du? Meinst du, schreit das jetzt auch? Ja, bestimmt. Nice Pantheon ult Ist der tot? Nö, der ist hier hinter uns geultet, aber ohne Sinn Boah, wie kommt einem immer so langsam vor, wenn man dann gerade mal keine, äh, kein Blutträusch hier oder was hat Ja, ja, alles cool Ich hab den schon gesehen, kleine Maus Ja, ich dachte, du wärst irgendwie Lex oder so Nein Das nennt man auch so ein bisschen gebaitet Ja, ich weiß, er hat schon Angst, dass Lex hat Nein, nein Ich wollte ja, dass er auf mich springt Das hört sich jetzt wieder an, war Ah, der muss ein Herold zünden, nice Los, Mitte, Mitte, alle Mitte Dass er nicht zu viel einreißt Hm, das denkst du dir so, Junge Oh, nichts gekriegt Oh Ich hab Witterung aufgenommen Attacke Ich denk natürlich wieder hier Das ist auch geil, dass man so immer Lauftempo kriegt, ey Das ist voll cool Was, ja, ich geh da nicht diving Vershältst du mich Wer redet von diving Wieso, was dachtest du sonst? Ich sagte Redbuff Achso, oh, nein Egal, weil, denn die hat sich nichts Trauer sind wichtiger als ein Redbuff Oh, oh Ah, Mist Drei sind zu viele für Rami Zwar nur ein bisschen, aber Wie gesagt, ein bisschen viel Du wärst mal bei deinem Nami gewesen Hm Vielleicht sollte ich mir auch nochmal ein Blade of Surround King oder sowas bauen Habe ich früher immer gemacht Hm Hm Ich kann alles Wir müssen wegen Baron noch aufpassen Mist Wo wir denn so eh nicht contesten können Ne, die haben Free Baron Ne, machen sie nicht Das ist nice Dann machen wir jetzt schnell den Drag Ne, die kommen Abdrehen Werden wir wieder gecatcht Doch nicht Ja, ne, war gut Boah, Warwick ist richtig schön tanky Das gefällt mir Bin ich zwar nicht so die Killmaschine mit Aber vom tanken her Das geht richtig geil Da brauchst du einen Chin hier Oh, ich hab Smite Äh, Champ gefällt mir echt Ja, der gefällt mir auch Spiele ich zum ersten Mal Was? Mein Champ gefällt mir auch Spiele ich zum ersten Mal Ja, ja, ist klar Du bist die Beute Ob ja Pantheon willst Mal 1v1 Komm, probieren wir es mal Ich will mal sehen, was du kannst Weglaufen Nein Nein Oh Oh Nein Nein War schon so ein bisschen krass jetzt. Garen hat mich gerade voll angesprungen. Er hat losgeschrien. Man, nur weil ich auf 5 Gold gewartet habe. Das, wo ich so sensibel bin. Sonst kann ich nicht mehr spielen. Ich wollte nicht. Ich will nicht. Und mittlerweile haben wir es aber gut im Griff. Hätte ich mal nichts gesagt. Flieh, solange du noch kamst. Alle Musram, denk dran. Hey, ich bin Warwick. Ich bin Warwick. Ich kann viele Leute aufhalten. Ja, noch ein, zwei Items dann vielleicht. Weniger Räsen, mehr Reisen. Ähm, ähm, ähm. Ich bin Warwick, ich hole Tower. Muah. Muah. 1972. Ich habe es unter Kontrolle. Oh, was geht ab? Oh, ist das ein Pussy. Oh, nein. Oh, sind das beides Pussys? Ja, ey. Der Panthorn, der ist immer nur am Wegrennen, ey. Vielleicht sollte man sich auch noch mal sowas wie ein Frosthammer holen oder so. Der nächste Drake ist gleich ab. Ist das mal aufgefallen mit mehr als Jungler? Ja, da hat man Drakes und sowas. Ja, eigentlich alle, ne? In der letzten Runde hatten wir auch alle bis auf dann... Oh. Baron? Was machst du? Ach nee, Akali ist das. Ah, nee. Doch, Drake. Akali ist das. Ich dachte eben, du wärst das. Ich würde ja schon gerne zum Weg gehen, aber dann gehe ich das sicherlich. Ja, ich bin noch da. Muss man mal ganz schnell machen. Abbruch. Direkter Abbruch. Die sind alle fünf hier und unser Geron mal wieder nicht. Wir sind nie zu fünf, deswegen gehen die Fallseffrag schief. Ja. Die sind alle fünf hier. Hm-hm. Die können doch nicht immer alle wegkommen, ey. So. Das regt mich auch langsam auf, ey. Ja, mich auch. Das ist ja die. Oh nein, der hat noch einen Schutzengel. Das ist unglaublich. Und das kann man jetzt noch nicht mal Greed nennen, also schon so ein bisschen, aber das ist ja echt Pech. Es gibt's doch nicht. Auf der jetzt so low wegkommen. Unglaublich. Ja, die können sich auch geil gegenseitig retten, ne? Lee Sin, Rakan, Tristana. Ist schon so... Also richtig geile Kombo. Wir sollten aber auch langsam mal groupen. Mal gucken, ob die das verstehen vielleicht. Ja, Garen, der groupt nicht. Mal gucken. Das ist alles passende Spiele. Hm. Verhältnis ist genau ein Schritt hinter dir. So, jetzt zurück, Morgan! Dieses Mal nicht, Borschi. So, mein Blade of the Run King scheint was zu bringen. Ja, diesmal konnte er nicht mehr anbinden, die ganze Zeit. Ja. Ja, vielleicht sollte ich, Warwick, doch ein bisschen mehr spielen wie mein Yu oder so. Ja, ich hätte ihn schon lange mal wieder ausprobieren müssen. Ist so ein geiler Champ. Ja, sieht doch spaßig aus, oder? Ja, vor allem wenn er so losjachtert wie so ein Irrer, ist einfach noch cool. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Und Gemütlichkeit. Das wusste ich. Tower Dive! Mein Cannon. Mhm. Au! Ja, wohl, jetzt müssen wir gehen. Ja, ich hab auch noch keine Ult. Müsste ein Bloodline Tower hätten wir vielleicht holen können. Mhm. Egal, ich hab 2700 Gold. Nächste Drag gleich ab. Und ich blödmanns meite jetzt noch. Und das ist der Ahnendrache. Oh, Mann. Was, wenn draufkommt, hast du schon da mal wieder? Ja, aber wirklich, so eine Aktion, ey. Nimmst du mal ein Hower fürkriegen. So, ich geh mal ganz schnell Base. Okay, schau dich, hopp. So, und ich hol mir noch eine Geistessicht. Das ist ein geiler Item-Bild. Das rockt. Genau, klären wir schnell den Pink. Dann denken sie, wer machen denn? Ups, da kommt ein Pantheon. Komm, wir sind direkt wieder ran, ey. So, ne Pussy. Garen stirbt da oben wieder, weil er nicht auf meinen Call gehört hat. Oh, ich hab noch 10 Sekunden besmite, ey. Oh. Easy. Akali, nicht Bot-Lane-Farm. Das spamping ich auch gerne mal. Musst du dich auch mal fragen, jetzt. Ach ja, die sind ja Pre-Mate, hab ich vergessen. Ja. Ich hab mein nettes Elixier mitgenommen. Ja, der Garen geht nur Split-Pushen, er spielt nicht mit. Müssen wir echt aufpassen. Kann so ein Fight trotzdem nochmal ins Auge gehen. Junge, der Garen, du wirst jetzt eh gecatcht. Bleib beim Team. Wir müssen ihm helfen. Ja, klasse. Auch wenn's gut gegangen ist, aber trotzdem. Nö, vom Garen war das super schlecht wieder. Hat uns voll reingebaitet. Ich mein, ich freu mich aber, dass die Akali jetzt wenigstens noch ein bisschen was hingekriegt hat. Ja, das hat aber jetzt böse schief gehen. So, Garen ist dafür nochmal gestorben. Ja, aber wir haben gewonnen. Und ich hoffe, euch hat das Game auch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram. Ja, bis zum nächsten Mal.